In diesem Video geht es um die Völkerwanderung. Ich erkläre dir die Ursachen, die Rolle der Hunnen und die Auswirkungen auf das Römische Reich. Außerdem erhältst du Informationen über die Entstehung neuer Reiche und den kulturellen Einfluss dieser Epoche. Die Völkerwanderung begann im 4. Jahrhundert nach Christus und dauerte bis ins Mittelalter hinein. Verschiedene Faktoren führten zu dieser massiven Bewegung von Menschen. Dazu gehörten Klimaveränderungen, die das Leben in den ursprünglichen Siedlungsgebieten erschwerten, sowie der Druck durch andere Völker wie die Hunnen. Die Hunnen spielten eine entscheidende Rolle in der Völkerwanderung. Sie kamen aus Zentralasien und drängten andere Völker wie die Goten und Vandalen nach Westen. Durch ihre militärische Überlegenheit und aggressiven Taktiken setzten die Hunnen andere Völker unter Druck, was eine Kettenreaktion der Migrationen auslöste. Die Goten waren eines der ersten Völker, die durch die Völkerwanderung gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen. Sie zogen in das Römische Reich ein und suchten Schutz vor den Hunnen. Obwohl die Römer sie zunächst aufnahmen, kam es bald zu Konflikten, die im Jahr 378 in der Schlacht von Adrianopel gipfelten, bei der die Römer eine schwere Niederlage erlitten. Ein weiteres Volk, das durch die Völkerwanderung bekannt wurde, waren die Vandalen. Sie zogen durch Spanien und gelangten schließlich nach Nordafrika. Dort gründeten sie ein eigenes Königreich, das für einige Jahrzehnte existierte, bevor es vom Byzantinischen Reich erobert wurde. Die Völkerwanderung stellte das Römische Reich vor enorme Herausforderungen. Nicht nur musste es sich militärisch gegen einfallende Völker verteidigen, sondern auch die Integration der Migranten bewältigen. Das Reich war bereits durch interne Probleme geschwächt und die Völkerwanderung trug zum weiteren Niedergang bei. Während des Zerfalls des Römischen Reiches entstanden viele neue Königreiche. Die Franken beispielsweise gründeten ein Reich, das später als Grundlage für das Heilige Römische Reich dienen sollte. Auch die Angelsachsen in England und die Langobarden in Italien gründeten neue Staaten. In dieser Zeit der Unsicherheit spielte die christliche Kirche eine wichtige Rolle. Sie bot den Menschen geistigen Halt und wurde zu einer einheitlichen Kraft in Europa. Die Kirche half auch bei der Integration der verschiedenen Völker, indem sie das Christentum verbreitete. Die Völkerwanderung hatte nicht nur politische und soziale, sondern auch kulturelle Auswirkungen. Die einwandernden Völker brachten ihre eigenen Traditionen, Sprachen und Kunstformen mit. Dies führte zu einer kulturellen Vielfalt und bereicherte das europäische Erbe. Die Völkerwanderung veränderte die Landkarte Europas nachhaltig und hatte weitreichende Folgen. Sie führte zum Untergang des Weströmischen Reiches, aber auch zur Entstehung neuer politischer und kultureller Einheiten. Diese Ereignisse prägten Europa und legten den Grundstein für die Entwicklung des Kontinents in den folgenden Jahrhunderten. Die Völkerwanderung 8 Also von Kottop Die Völkerwanderung showte ihr 작vit. Vielen Dank.